Happy Birthday, Mohamed Hasid Mia. Happy Birthday, Duri S. Massengo. Happy Birthday, M.D. Himmel Sadeah. Happy Birthday, M.D. Awal. Happy Birthday, Bala Shaton. Happy Birthday, Jamiya Kuit. Happy Birthday, M.D. Mufaychal Mia. Happy Birthday, Abdullah Hilkafi. Heute spiele ich mal wieder Free Fire, aber in anderen Modi. Viel Spaß. Okay, wir gehen aber ganz kurz die Modis durch. Einmal haben wir Battle Royale. Das spiele ich ja eigentlich immer. CS Ranking, das spielen vier Leute gegen vier Leute. Da verliere ich immer. Ja, einsamer Wolf ist eins gegen eins. Auch ganz nice. Fußball haben sie leider nicht mehr. Die beiden sind noch nicht in Gange. Ich würde mal sagen, das spiele ich lieber nicht und das lieber auch nicht. Zufällig Karte vier Mal. Was heißt das? Achso, ich kann mir vier Karten aussuchen, in denen ich spielen möchte. Okay. Creator Mode ist halt, wenn einer ein Spiel baut. Können wir mal reingehen. Ich glaube, das war das gewesen. Ja, okay. Trading nicht. Ja, dann kann man da drinnen spielen. Ich glaube, ich war das. Ich bin mir nicht ganz sicher. Tribble Vulvus. Ah, komm. Wir fangen hier mit an. Es geht immer ganz schnell. Also, dann. Bis gleich. Okay. Das sind hier meine Mitstreiter. Hier bin ich. Ich muss mir jetzt am Anfang was kaufen. Ich kaufe mir jetzt erst die Pistole. Och, geht schon los. Bitte Mikro anmachen. Ja, ich mach das. Ich verstehe wieso nichts, was das sagt. Hallo? Bitte Mikro anmachen. Jawohl, dann bitte ich für die Mikro. Spart das Geld. Nicht zu dir. Tut mir leid. First Blood. Oh, man hat ihn nicht angeht. Weh, 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 weh. Weh, 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 weh. Ah, ich habe dein Geld. Gegner gesichtet. Es gibt das verpasst. Auf, auf. Wah, 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 wah. Auf. Augen auf! Bitte Mikro anmachen! No... Okay. Okay. Los, los, los! Ich sage ja, die Runde geht immer ziemlich schnell, weil ich habe hier keine Chance drin. Die spielen hier richtig gut. Gegner gesichtet! Oina, oina, damit die Schilder haben wir da. Ah, und schon wieder verloren. Ich glaube, wir müssen vier Runden verlieren. Dann... geht es erst weiter. Naja, was heißt, dann geht es weiter? Wir haben hier. 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 Wir haben hier mehr auf der Kiste. Wir haben hier getan. Wir werden hier. Okay. Ich hab es gesehen. Ich bin weggegangen. Ich bin weggegangen. Geh' nicht. Geh' nicht. ist es Es ist so super. Das ist so. Das ist so. Wir sind der Türkei. Ich bin der Türkei. Es ist das Türkei. Hm, was soll ich am besten? Ja, bei den hier. Ach ja. Der eine spielt ja sowieso nicht bei uns. Gut. Jo, ich denke mal das war die Runde. Es waren nur drei Siege, ich dachte das wäre immer viel gewesen. Deswegen spiele ich da, spiele ich gerne. Ich, also dieses Szenario spiele ich nicht gerne. Ich habe nicht einmal getroffen. Nicht einmal getroffen. Ich spiele noch eine Runde. Okay und es geht die nächste Runde los. Ach warte mal, warum habe ich denn die wieder gekauft? Ich wollte die kaufen. Na egal. Das war mal Ossia. Okay. Wah! Ach, ging ja mal richtig schnell, ja. Gut, schauen wir uns die nächste Runde an. Nehmen wir das Gewehr. Was gibt's da nicht? Ich glaube von uns hat wieder keiner einen Schuss gemacht. So, kaufen wir uns mal. Das. Und das. Ah, ich hab getroffen. Na dann. Ich hab auf jeden Fall getroffen, ja. Super. Oh! Boah. Oh nein! Das gibt's da nicht! Das gibt's da nicht. Oh! mal schauen welchen platz ich habe wow ich war der zweitbeste der drittbeste drittbester ok das war's für heute dankeschön fürs Zuschauen ich werde mich freuen wenn du nichts mehr dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel spaß und auf Wiedersehen im 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 im